Ne, mit der Rolle schafft man das auf keinen Fall, also zumindest nicht das... Oh, wer ist? Ich weiß ja nicht, ob man das jetzt schon sagen kann. Da ist mein Auto, let's play und... Oh, hier sind wir echt so, ich glaube, wir haben zu schieren jetzt. Achso. Oh Gott, ihr wisst das nicht, ihr wisst das nicht. Das heißt, ich bin... Ja, er wollte eigentlich mich abschießen, weil ich auch schon rausgehauen kann. Was ist denn da los? 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 Skaten? Ja, ja. Oh, Geld! Geld! Du kannst ja hier, ähm... So eine Pfad hier stellen. Und dann... Dreck mich am schubsen hier, aber... Ich hab ihm gesagt, ja. Ah, okay, du hast auch gerade eben mit dem gesprochen, okay. Deswegen hast du nicht geantwortet. Ja, weil er den Cargo-Wumpen zerstört hat. Hast du ihm das auch gesagt? Äh, ne. Ne, das ist das aber nicht. Ne, das ist das aber nicht, das ist... Es gibt noch so'n... Alter, ich zaffel. Warte, wir müssen alle gleich mitlaufen. Oh Gott. Dieses Bowling. Ja, der Gerät. Yeah! Oh Gott. Oh Gott. Off, oder? Off, off! Der Holzkratzer. Okidoki. Okidoki. Oh, Polizei! Ich höre jetzt aus, das ist drin. Oh... Das ist auch keine Schreiung oder so. Oh, jetzt sind die anderen auch raus. So, dann komm ich euch mal aufsammeln. Pandoria, Pandoria, Pandoria! Nein! Wie ist ihr jetzt schafft? Oh Gott, abrollen! Abrollen, natürlich! So dann! So ist der noch vom Auto überrollt! Und schon wieder! Tschüss! Tschüss! Und da fliegen sie! Oh, oh, oh! Oh, aber wir drücken! Ich bin jetzt schon wieder richtig! Pandoria, komm, wir schaffen das! Und jetzt! Nein! Oh, nein! Nein! Ich bin so... Ah! Hab doch nicht, Leute! Ah, verdammt! Okay, durch!